Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ich habe gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala dahada welten Ich bezeuge, dass es keinem gibt, der das Recht hat angebetet zu werden, außer Allah ist Allah in der Mitte einzig und segeln und Frieden dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist und dann Wir setzen inshallah wa ta'ala einen tafsir oder einen analytischen tafsir von surat al-fajr inshallah wa ta'ala fort, wo wir letztes Mal dann stehen geblieben sind an diesem eigentlich einen Regen im Leben und zwar nicht diese Güte, was man bekommt in dieser Dunia ist maßgebend, dass Allah mit einem zufrieden ist und auch so nicht, dass einem lebenden Schwierigkeiten Probleme dieses auch ein Anzeichen, dass es Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm nicht zufrieden ist vielmehr 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 diese beiden stellen nur Prüfungen das heißt, dass einem gut geht dass einem Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat Gesundheit, Vermögen Zufriedenheit alles alles was alle gaben die Allah einem gibt ist eine Prüfung und wiederum dass einem entzogen wird dass einem krank ist dass einem nicht so viel Vermögen hat dass einem Probleme erfährt diese ist auch nicht anders außer eine Prüfung und der Gewinner oder der Richtige der eigentlich angesehen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige der die Prüfung besteht und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat in dem nächsten Ayat uns darauf hingewiesen auf Wege zu bestehenden Prüfungen für eine Kategorie und dann für die anderen Kategorie analog versteht man das oder analog versteht man das und deshalb sagt oder wo wir stehen geblieben sind keineswegs viel mehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig eine weise Person ist eine Person dessen Vater oder Mutter gestorben ist als er noch klein ist und noch nicht reif Alter erreicht hat was deutet darauf hin diese Ayat diese Ayat darauf hin dass wenn Allah einem was gegeben hat das ist ja die Prüfung habe ich gesagt Allah hat einem was gegeben Allah hat einem Vermögen gegeben Allah hat einem Reichtum gegeben Allah hat einem gegeben gab was eigentlich gegeben worden ist dann soll er eigentlich als bestehende Prüfung soll er auch das weiter geben denn hier Allah sagt der Reiche und dann Allah Gaben gegeben hat aber den Weisen nicht freigebig gegenüber behandelt und nicht ihm ausgibt hat er die Prüfung nicht bestanden hat er in Effekt die Prüfung nicht bestanden das heißt wie hat er die Prüfung bestanden wenn er von dem ausgibt was Allah ihm gegeben hat und so wie Allah mit ihm freigebig ist das heißt indem er ihm was gegeben hat soll er auch freigebig gegenüber den anderen insbesondere die Schwachen das heißt sie besonders wesentlich waren dass einmal die Weisen weil sie schwach sind und keine haben für sie sorgt und auch als nächstes kommt wurde hier noch versetzt und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an das heißt zwei Sachen derjenige den Allah eigentlich gegeben hat und weil Allah mit ihm freigebig ist dann soll seine bestehende Prüfung das was Allah ihm geprübt hat indem er auch die Weisen was weiter gibt indem er die Bedürftigen und die Armen speist und auch die anderen ermutigt und die anderen dazu auffordert sie zu speisen das ist das zu sagen wenn Allah maß gibt und die jenigen aber die es nicht tun dann haben die Prüfung nicht bestanden und bedeutet nicht dass Allah denen auserwählt hat denn die Auswahl Allah ist entsprechend das Tun von Gehorsamkeiten und das Unterlassen von Sünden oder Fehler oder Ungehorsamkeit und das ist der Fusch deshalb sagt Allah subhanahu ta'ala inna akramakum indallahi atqarkum wahrlich die Angesehensten die Edelsten die Auserwählten bei Allah subhanahu wa ta'ala sind die Gottesfürchtigen und Gottesfürcht zusammengefasst in diesem Aspekt ist das Tun von Pflichten von Unterlassen von Verbote Das ist der Grund von Taqwa und Allah subhanahu ta'ala wie wir gesagt haben er gibt nur ein Beispiel Allah hat einem gegeben kann man sagen wieder akramak Allah subhanahu ta'ala hat ihn frei gebe ich was soll er machen er soll dann entsprechen akram das heißt das gleiche Wort wurde benutzt Allah hat einem Nima gegeben er soll dann diese Nima weiter geben für die jenigen die es brauchen deshalb Allah hat den gleichen Heben jetzt Das ist jetzt entsprechend wie wer ihm Allah gegeben hat jetzt die beiden nächsten entsprechen was nicht gegeben hat was ist bei denen Allah sagt und halt euch nicht und ihr verzehrt das aber ihr verzehrt es ganz und gar das sagt er hat und ihr liebt im Besitz ihr liebt ihn voll und ganz das heißt der jenige den Allah subhanahu wa ta'ala nicht gegeben hat oder wir haben gesagt Qadr alayhi rizqa, nicht so viel. Was ist denn, was sollte er machen? Er sollte nicht sich schon sagen, die ganze Zeit anstreben und versuchen zu sammeln und versuchen, was sich anzueignen und sich damit beschäftigen, sondern damit sich zufriedenergeben und hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas gibt. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja dann für diesen beiden, oder für den Zweiten, den Allah subhanahu wa ta'ala ihm geprüft hat, durch dass er ihm nicht so viel gegeben hat, er soll sich nicht sozusagen die ganze Zeit sich wünschen, wie den anderen zu sein. Denn diese wird nur dazu verursachen, dass er alles tut, erlaubt oder nicht erlaubt, gut oder nicht gut, entsprechen die Gesetzgebung, oder nicht entsprechen die Gesetzgebung, damit er das erreicht. Damit er was? Damit er das erreicht. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und wünscht euch nicht, was Allah einige von den anderen ausgezeichnet hat. Was ist hier damit gemeint, wenn Allah subhanahu wa ta'ala was zu Teile gegeben hat? Man soll sich sozusagen nicht die ganze Zeit anmessen an den anderen. In welchem Aspekt hier? In den Aspekten von Dunya. Und deshalb der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, damit wir verstehen, und das ist hier eine Sache, die wir Liebe hier ausziehen, schon von der Aussage vom Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, bezüglich dieses Surah und dieses Ayat, er sagt, man soll sich anschauen in der Dunya, an denjenigen, die unter ihm stehen. In der Eingelegenheit der Dunya, soll man sich anschauen, was derjenige, der immer unter ihm steht. Wenn er gesund ist, dann schaut er, dass viele krank sind. Wenn er ein bisschen was hat, dann soll er schauen, dass manche nichts haben. Und so weiter und so fort. Warum ist das? Denn das ist eher, dass man die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala nicht unterschätzt. Aber was die Eingelegenheit der Erkirah, was die Eingelegenheit von Gutes tun und sich vom Schlechtes entfernen, was die Eingelegenheit von sich wetteifern an den Gehorsamkeiten und sich entfernen von Ungehorsamkeiten, soll man sich immer nach oben schauen, den über ihm stehen. Warum? Denn wenn er anschaut, die Einge, die über ihm stehen, dies ist ein Anlass und er deshalb nicht überheblich wird und dies ist eine Aufforderung, erzutun. Das ist eine schöne Regel, die wir ins Leben bringen, angemessen an dem, was hier ist. Denn in der Dunja, Allah hat dir gegeben, damit du gibst. Aber wenn du nicht weitergibst, dann ist das was, ist das übel auf dich, das was du bekommen hast und die Gabe ist übel für dich und das ist schlecht. Und wenn man nicht hat, dann soll man sich damit zufrieden ergeben. Denn wenn man sich nicht dafür zufrieden ergibt und erwünscht sich in dem Moment, das heißt, und tut alle Mittel, egal ob es schlecht oder gut ist, um etwas zu erreichen, dann ist das ein Übel für sich selbst. Denn derjenige, der die Versorgung in der Dunja verteilt hat oder verteilt hat und gegeben hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der sich nicht zufrieden ergibt, hat sich damit nicht zufrieden ergeben mit dem, was Allah bestimmt hat. Schon klar, dass man Mittel nimmt und so weiter und gründet und alles macht, aber im Endeffekt, egal welche Mittel wir nehmen und egal was wir tun, jeder nur wird das bekommen, was für ihn bestimmt ist. Wir sind aufgefordert, zu nehmen immer die Mittel in allen Aspekten, aber als erstes und vor allem in der Rechtleitung, in der Hadith al-Qudusi, in dem Hadith al-Qudusi, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja Ibadid hat angefangen, oh meine Diener, kullukum dal, illa man hadayta, illa man hadaytum, bestahduri ahdikum. Alle seid ihr in der Irre, außer diejenigen, die ich zur Rechtleitung führe. So verlangt es von mir. Wie verlangt man? Durch Dua. Wie verlangt man? Durch gründe lieben, die Menschen in der Rechtleitung führen. Durch das zu schauen, was Allah subhanahu wa ta'ala veranlasst hat, um nach der Rechtleitung zu suchen. Auch sagt er dann weiter, Ja Ibadid, kullukum, ja i' illa man adaytum, bestahduri ahdikum. Oh meine Diener, ihr seid alle hungrig, das heißt ihr seid alle, werdet den hungrigen bleiben, außer diejenigen, die von mir, außer diejenigen, die ich speise. So bittet mich um Speisen, so werde ich euch speisen. Wie bittet mich um Speisen? Durch Dua und durch Mittel. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, geht, arbeite, tut, tust und wird man dann dadurch gespeist. Ja Ibadid, kullukum, aarin, illa man kasawtum, bestahduri ahdum. Oh meine Diener, ihr seid alle freizügig. Ohne Kleidung, ohne manche freiwillig heute, Aber eigentlich alle freizügig. Außer diejenigen, die ich begleite. Das ist eine Gabe. Heutzutage, wie gesagt, andersrum. Die Leute wünschen sich, ja, für Tiere sogar andersrum. Die haben für die Hunden und für die Katzen Klamotten gemacht, was die bedeckt. Und die haben für die Menschen Fetterklamotten auch gehoben. Das ist das Gegenteil. Aber alle sind eigentlich freizügig. Außer die Allah zu bekleiden gibt. So bindet mich um Kleidung. Ich werde mich begleiten. Ich werde euch schützen. Dann sagt Allah, damit wir richtig sind. Ja, Ibadilau anna awalikum wa akhiraikum wa insatikum wa jinnakum. Wenn eure Ersten und Letzten von uns und von Jinn egal um. Kanu ala atka qal i abdim minkum mazada dalika fi minkichem. Alle, wenn Ersten und Letzten und Menschen und Jinn alle von euch auf dem gotteswüchtigsten Herzen sich alle sind. Das heißt, die besitzen das gotteswüchtigsten Herze. Die besitzen anders, wie das Herz von Prophet Muhammad sallallahu ala atka qal i example wa jinnakum. Allah wird das nix vermehren in dem Reich und Allah und Seinem Besitz. Und wenn Und wenn es zu sagen, die Menschen und die Jinn, die Ärzte und die Fordersten auf die schlimmsten Herzen, wenn wir besitzen, schlimmste Herzen sein könnten oder sein werden, dann wird es niemals fast weniger machen, dann reicht es und besitzt es, Allah s.a.w. Und wenn eure Ersten und Letzten und Menschen und Jinn alles zusammen sich tun und Allah und irgendwas darum bitten, von Allah irgendetwas verlangen, Fragen und irgendwas und Allah gibt jeder, woran er verlangt hat und ihm gibt immer seine Bitte, alle, die, wenn das von meinem Reichtum besitzt, nur so wenig nehmen, wie eine Nadel von einem Mann rausnimmt. Nein, weil Fragen, da wird ihm Schätze von Allah geben. Und deshalb hat Allah s.a.w. gesagt, wie dies. In anderen Sachen hat er gesagt, wird nichts beenden, der Reichtum, weil wer gut ist, tut es wie weh für sich und wer schlecht ist, tut es wie weh gegen sich. Das ist das, Allah s.a.w. gar nicht. Aber hier, das gibt es vom Reichtum, vom Besitzum, Allah s.a.w. Alles, was wir bekommen, ist alles nur, was Allah gehört. Aber alles, wenn alle Menschen, Ärzte und Vorsitzende, alle was verlangen und bekommen, das, das nimmt, das nimmt nur, wie eine Nadel vom Meer, nimmt. Stell dir vor, das ist eine Nadel, womit man nimmt, ne? Kleine Nadel. Und die Nadel, du wirst nicht, ich weiß nicht, womit man iPhone und so aufmacht, damit ich SIM-Karte, was er hat, also, du brauchst nicht sagen, ne, was anders, damit die bestehen, ne? Du sagst, du hast, du SIM-Karte rausholt, oder? Das ist diese Nadel. Wenn du ein Wasser, ein Meer, so reintausch und rausholst, was nimmt das? Gar nichts. Bisschen Nässe, bisschen Tropen. Ja, Ibadih, innama hiya a'amnalukum. Oh, meine Diener, das ist eure Tate. Entscheidend ist, was das selber wird. Entscheidend ist, was nicht, wenn Allah gegeben hat und nicht gegeben hat. Nicht, wenn Allah reich gemacht hat und arm gemacht hat, weiß gemacht hat oder schwarz gemacht hat. Keine Ahnung, von den Eingesehenen oder von den Nicht-Eingesehenen, von Besserlebenden und Schlechtlebenden, von Gesunden oder von Kranken, weiblich oder männlich. Ach, nein. Entscheidend sind die Taten. Innama hiya a'amnalukum. Wahlist, das sind eure Taten. Och siya a'amnalukum. Ich werde euch das sammeln. Ich werde alle finden. Alle werden finden. Wir schreiben unsere Buch. Jeder schreibt sein Buch. Richtig? Jeder schreibt sein Buch. Wo? Maschallah. Siehst du? Aber man schreibt nicht. Sehr gut. Aber man schreibt nicht selbst, sondern wer schreibt für ihn? Wer schreibt für ihn? Malaika schreibt nicht. Malaika schreibt nicht. Rechts schreibt. Was schreibt rechts? Wenn du nicht einschlafen hättest. Der schläft ja schon. Was schreibt man rechts? Wenn Malaika da auf rechte Seite schreibt. Weißt du oder weißt du nicht? Dann helft dir deine Antwort. Wenn Malaika da auf rechte Seite was schreibt. Gutes oder Schlechtes? Schlechtes. Rechts schreibt Schlechtes? Nein, das ist nun Politik. Aber in Islam wird rechts schreibt Gutes und links schreibt Schlechtes. Und alles wird in einem Buch geschrieben. Wo werden wir dieses Buch finden? In Namia Maasiyah alaikum. Fa ma wajja da khayran mal yahmad illa. Wer Gutes findet in einem Buch. Wo finden wir das Buch? Wo werden wir dieses Buch lesen? Du, ja. Wo? Weißt du nicht? Vielleicht hilft dir dein Nachbar. Auch nicht. Weißt du nicht wo wir das Buch lesen werden? Kannst du Arabisch lesen? Deutsch lesen? Ha? Masha. Und dieses Buch wird geschrieben mit einer Sprache. Jeder bestimmt. Und jeder lesen kann. An dem Moment. Aber wo? Ich glaube Allah. Wir waren gebogen bei Allah. Am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag. Jeder bekommt sein Buch. Und schon bei dem Bekommen vom Buch. Weiß man ob man bestanden hat oder ob man nicht bestanden hat. Wisst ihr in der Schule oder egal wo. Ha? Erstmal muss man Zeugnis nehmen. Dann muss man lesen. Also da glaube ich lesen die Lehrer noch. Und das verboten glaube ich zu lesen. Die Nonten. Damit die Gefühle der Kinder nicht angetastet werden. Ha? Und am jüngsten Tag. Schon beim Nehmen des Buches. Ha? Schon beim Nehmen des Buches. Weiß man ob man so den Gewinner. So den Bestehenden. So denjenigen die bestanden haben gehört. Oder so den Verlierern. Wie weiß man das? Hm? Wie weiß man das? Hm? Ja, erst mal bevor man ein Buch liest habe ich gesagt. Das ist schon ein Zeichen beim Nehmen des Buches. Weißt du? Hat wieder mit rechts und links zu tun. Siehst du? Ich lache. Ha? Da muss man ein bisschen was rechts und links. Wenn man sagt. Dann immer Papa oder Mama oder wie auch. Ein Großes oder Kleines sagt. Ich mit rechts. Dann ist es besser. Tu mit rechts. Dann ist es besser. Warum? Damit man an dem Tag. Womit sein Buch nimmt. Hm? Mit rechter Hand. Wenn man mit rechter Hand bekommt. Dann ist es man was? Zu dem Gewinner. Dann schreit man. Oh ha. Dann schreit man. Nicht wie das hier. Nur so erklärt. Aber normal steht das. Oh ha. Kommt und liest mein Buch. Inni bali. Ich war überzeugt. Dass ich diesen Tag treffen werde. Und der andere. Weiß. Wenn er mit dem Linken bekommt. Was passiert. Was ist das für den Verlierer? Richtig? Jeder will jemand Verlierer gehören. Jeder wird gewinnen. Auch bei Fußball. Auch bei Playstation. Auch beim Spielen. Auch bei. Letzte Sache. In dieser Junior-Humsache. Jeder wird immer Gewinner sein. Richtig? Deshalb müssen wir sagen. Alle Gewinner. Was macht der eine. Der weiß, dass er eigentlich verloren hat. Hat nichts vorbereitet. Hat nichts gemacht. Aber er weiß, dass er zu verlieren gehört. Aber der will das Buch nicht von der linken Hand nehmen. Was passiert. Was macht er? Er versteckt seine Hand. Er versteckt seine linke Hand hinten. Sodass es gibt nur eine Möglichkeit. Er denkt, so kann man sozusagen raus tricksen. Da gilt nicht raus tricksen. Das Buch weiß, wo er hingeht. Das Buch weiß, dass Befehle weiß. Das ist nicht wie im Buch für heute. Oder kann man nicht hier bestechen. Und dann irgendwie bestehen mit Beziehung. Oder kann man nicht irgendwie spicken. Und dann suchen da. Und hat man die Prüfung bestanden. Ha? Nein. Dort, dieses Buch. Keine Spicken. Und das Buch geht dahin, wo er hingehört. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Ayah. Und der andere Ayah. Und der andere Ayah. Und der andere Ayah. Damit man zusammen macht. Er bekommt sein Buch mit der linken, die hinter seinem Rücken schon steht. Weil er wollte nicht, dass das eine geschehen ist von dem jüngsten Tag. Ne? Auch sie helfen. Dann werden wir unsere Tat alle finden. Wer gut ist, findet den jüngsten Tag und liest. Er findet, wie gesagt, mit Rechten. Dann öffnet und sagt, komm und liest und so. Und freut sich und schreit. Und ich habe bestanden. Und so wie heute. Nicht wie, aber nur Annäherung. Wie man eine bestätigt und hat irgendwas erreicht. Ein Tor gemacht. Siehst du, wenn man ein Tor macht, was er macht? Macht ein Tor. Oder siehst du, Salto. Und einer geht. Und einer, wie heißen die noch? Was immer so oder andere macht. Jeder macht seine extra Feier. So gibt es Feier. Da ist eine richtige Feier. Für alle Leute. Und der andere ist so, wie eine Patzer macht bei Huskrim. Und damit versteht wird ein bisschen, wer Jugendliche dann mehr so. Jugendliche Sprache anspricht. Das ist, ja, Privileg. Damit das ist sozusagen, was entscheidend ist. Deshalb, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die anderen prüft, dass Allah subhanahu wa ta'ala den nicht gegeben hat. Aber Allah ist so viel, was zu geben. Vielleicht waren die armen, auf einmal sind die reich. So wie Allah subhanahu wa ta'ala. Durch was? Durch Erbe. Durch was? Durch das, was sie versuchen. Weil derjenige, der besucht hat, die so tun, der wird alles bekommen. Aber das Problem hat er mit dem Guten oder nicht. Hat er das mit erlaubten Mitteln oder nicht. Entscheidend dann, deshalb hat Qatada dann gesagt, was er von Ibn Abbas gehört hat. Er hat gesagt, dass es entscheidet dann, wie gesagt, für, dass Allah einem Ikram gemacht hat, was gegenüber freigebig gewesen ist. Oder entscheidend, dass einem Allah subhanahu wa ta'ala einen, sage ich mal, so erniedrigt hat oder gegenüber nicht freigebig ist, ist was? Indem man schaut, inwieweit man geholt wird zur Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das tun, was er will, was er liebt und inwieweit er tut, was Allah Ungehorsamkeit ist und was Allah nicht liebt. Das heißt, das ist der Maßstab, damit wir dieses Subhanahu wa ta'ala beenden. Und so haben wir eine Regel, die uns hilft, dass er aus dieses Subhanahu wa ta'ala ist. Willst du wissen, ob Allah ich liebt oder nicht? Das ist ja die Frage. Die Frage ist nicht nur, dass du sagst, ich liebe Allah, denn jeder Muslim, alhamdulillah, sagt, ich liebe Allah. Sogar auch manche Muslime, die zumindest glauben, dass es einen Gott gibt, sagen, dass Allah liebt mich. Gott liebt mich, hat ihn gerettet von einem Unfall. Gott liebt mich, hat ihn ein Lotto gewinnen lassen. Gott liebt, sagt, ja, und der andere, geschieht mit ihm ein Problem, Gott hat mich verlassen. So sagen die, oder? So sagen die. Aber wir als Muslim, alhamdulillah, eine richtige Maßstab, dass Allah einem liebt oder Allah einem verurschtet. Was ist der Maßstab? Der Maßstab, wenn die Person sich als erstes zufrieden ergibt mit dem, was Allah bestimmt hat für einen, das ist das erste Signal, das erste Zeichen, dass Allah einen macht. Das erste Signal ist was, das erste Zeichen ist, dass diese Person zufrieden ist mit dem, was Allah bestimmt hat. Zweitens, wenn man sieht, dass man geholfen wird, die Gaben Allah zu investieren, in dem, was Allah zufrieden stellt. Erstmal ist man selber zufrieden mit dem, was Allah bestimmt hat. Zweitens, dass man die Gaben Allah dort investiert, dass man geholfen wird, die Gaben Allah dort zu investieren, dass Allah zufrieden stellt. Drittens, dass man sich entfällt, dass man sich entfällt von allem, was Allah von subreden stellt. Verhindert wird manchmal. Verhindert wird. Es wird erzählt, in der Sireh, die Bibliothek von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bevor das Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Prophet geworden ist, bevor die Botschaft zu ihm kam, mit 40 Jahren. Es war ein Leben von Kind bis 40. Und sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aus Neugier, oder aus nur, ah, wurde erzählt, dass er nur anschauen wollte, was diese Leute machen. Bei den Gützen, bei deren Feiern und so weiter. Nur anschauen, was Neugier so gibt, wie Menschen, der ist normal. Aber Allah sallallahu alaihi wa sallam hat nicht dazu gelassen, sodass er manchmal gucken wollte, dann eigentlich nach. Und er wollte, dann ist er verhindert. Und deshalb dieses Verhindern, weil manche sagen, warum hat es nicht geklappt? Allah hat verhindert das. Das ist nicht schlecht. Allah liebt. Und als konkret, das ist jetzt die Sachen, die allgemein, allgemein, ja, das sind allgemeine Sachen. Wer wiederholt, das ist die Sachen, das Zeichen, dass Allah sallallahu alaihi wa sallam hat, das hat alle einen lieben. Das haben wir gesagt, damit wir nicht vergessen. Wer wiederholt? Keiner wiederholt. Ich muss wiederholen. Ja, das ist nicht geschrieben, aber man muss gucken. Und dann hast du, ja, so. Man ist zufrieden, die Stimme in Allah. Und dann ist das alles. Jetzt aber nicht schreibt, ist schon schwierig. Nächste Woche noch schwieriger. Übernächste Woche alles vergessen. Ja. Und dass man nicht... Sieht, wenn man geschrieben hat, dann kann man nicht, ja. Dass man die Gärme Allah investiert, in was Allah zufrieden wird. Und das... Es ist geholfen wird, die Gärme. Und das ist nicht mehr geholfen, weil es ist die Hilfe Allah zufrieden. Ja, ich habe ja gesagt. Und dass Allah einen hört, sich vorheran fernzuhalten oder ferngehört. Und alle, was Allah uns zufrieden tut. Ich beizu kann. Das ist jetzt was, allgemein aussieht. Mit wem man nicht so immer schwimmen, im Cloud. Manche sagt, ja, schwimmen in den Wolken. Ich fliege in den Wolken, schwimme das Wasser. Richtig ist was, so konkret, Ah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muss einen direkten, konkreten Hinweis. Denn wenn Allah einem liebt, dann will mit ihm was? Will mit ihm Gutes. Und wenn Allah mit einem Gutes will, was macht ihm? Ah, gibt es schon. Rasha, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Wenn Allah mit einem Gutes will, dann gibt ihm Verständnis in der Religion. Wie bekommt man Verständnis? Das sehen wir. Wenn Allah mit einem Gutes, dann fühlt ihm, dass er Verständnis in der Religion gibt. Verständnis in dem Dien gibt. Was ist ein Verständnis? Verständnis ist eine Zusammensetzung zwischen Wissen im Dien, Tun und das heißt und Handeln entsprechen diesem Wissen und Weisheit, wie er diesem Wissen weiterleitet. Das ist das richtige Verständnis, was man bekommt. Erstmal das richtige Wissen über den Dien. Zweitens, dass man damit handelt, sondern es ist keine Fürsten. Ist ein Verständnis, jemand hat was gelernt, das ist gut und tut das nicht? Jemand hat gelernt, die ist nicht schlecht und entfernt sich nicht davon. Ist das ein Verständnis? Das ist kein Verständnis. Das heißt, er hat zwar gelernt, alle wissen, aber er hat nicht umgesetzt. Und drittens, Verständnis in Weisheit, wie man es auf die beste Art Weise weiterleitet. Denn von dem Verständnis, dass man es verstanden hat und man es gelernt hat, dass man auch für die anderen es wünscht und versucht, es auf die beste Art Weise weiterzugehen. Das ist eine konkrete Sache. Wenn man sieht, dass einem wie dieser Weg geht, ich sage, wie der Weg des Wisses, der Bund, also der Weg des Wisses, nicht der Weg des Wisses, das ist ein Programm, sondern der Weg des Wisses, dann wurde dann geholfen, dann findet Allah mit einem Boten, dann zeigt, dass Allah Heilung gibt. Und andersrum ist auch richtig. Leid. Andersrum ist richtig. Wo die wir hier haben wir besser gesagt hat, und hier, dass das gegensächliche Bedeutung ist, wenn einem nicht schaut, dass er geholfen wird, nach Wissen anzustreben, Wissen umzusetzen und Weisheit dieses Wissen weiterzuleiten, dann Allah will ihm nicht gut. Das Zeichen ist am eigenen und anscheinend. Okay. Somit ist Inshallah dieser Abschnitt auch dann zu Ende. Jetzt das Ganze, was mit uns gekommen ist, jetzt das zu sagen betreffend Anfänge haben wir es als Anfang. Nein, nicht vergessen, es geht Anfang und Ende. Jetzt kommt aber das Ende. Wann ist das Ende? Das Ende ist, wenn die Erde platt gemacht wird. So sagt hier, keineswegs, wenn die Erde eingeebenet, ja platt eingeebenet wird. Das ist das Ende. Anfang, wie gesagt, das zu prüfen. Das Ende ist dann was eigentlich als Ergebnis. Und wir haben ja gesagt, alle Prüfungen in diesem Turnier, egal wie die sind, hat man immer die Möglichkeit, es zu bedenken. Was man verpasst hat, wenn man krank war, in der Schule, was macht man? Dann kommt man später mit Krankheitscheid, kann man noch, egal, auch wenn man eine Klasse nicht bestät, boah, aber zurzeit viel. Als Muslim muss man immer gut sein, in der Schule und nicht hinsetzen bleiben. Aber wenn mein Papa trotzdem bekommt noch eine andere Chance und hat noch sogar abgebrochen hat, Schule, da kann man ausbinden. Sogar diese, da kann man später abhinachten. Sogar, keine Ahnung, egal was in dieser Dunie, egal was eine Sache in dieser Dunie, hat man zu Ende. Aber, wenn diese Dunie zu Ende ist, dann ist dem Prüfungsleben zu Ende, kann man nicht mehr zurück und sagen, ich will noch mal die Prüfung schreiben. Oh, Entschuldigung, ich habe verpasst, ich habe verschlafen, ich war krank in der Dunie, kann ich noch mal zurück. Geht das? Geht das? Geh nicht. Wenn der Engel des Todes kommt, so jemanden das was. Ist vorbei. Das Hand. Jetzt wandert, Ende ist hier. Höchste Zeichen von Ende gibt es viele, aber Allah hat noch eine hier gesagt, und zwar, dass die Erde platt gemacht wird. Warum? Weil die Menschen wetteigen auf diese Erde. Die denken, das ist die Dunie. Die Erde ist ein Symbol für diese Dunie. Und wenn die Erde schon platt ist, die Dunie ist vorbei. Die Menschen haben sich dafür hier was für Erdöl, Erdgas, Dings, alles gestritten, Kriege gemacht. Das alles geht weg. Es geht alles weg. An dem Tag ist wichtig, denn an dem Moment kommt, es kommt absolute, gerechte Gericht. jetzt kommt sozusagen Ergebnis für die Prüfung. Jetzt kommt, dass derjenige, der uns geprüft hat, kommt, und mit ihm die Engel, die aufgepasst haben, Engel aufgepasst haben, rechts und links, um zu schreiben, Engel auf uns aufgepasst haben, in dem, was wir tun, Engel, die aufgepasst haben, das, was wir machen, und das, was wir handeln, und auf diese Erde, auf alles aufpassen, werden, wir werden alle kommen jetzt zu, Ergebnis der Prüfung, Tagesrechenschaft, jeder von uns, wird zur Rechenschaft gezogen, für das, was ihm gegeben wird, an der Zeit, Manche haben 10 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 100 Jahre, mehr als 1000 Jahre, aber jeder wird zur Rechenschaft gezogen, deshalb sagt, dann kommt was? Jetzt kommt Allah, dann haben wir so, wie es ihm gebührt, und die Engel reihenweise stellen hinter ihm, und dein Herr kommt, und die Engel Reihe um Reihe, das ist ein gewaltiger Tag, das kann man sich nicht vorstellen, das ist eine gewaltige Angelegenheit, schon das, und bis das erstmal zustande kommt, das wurde schon vieles nicht gesagt, denn das was geschieht, bis das Allah kommt, um die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, da kommt Zeit, da kommt die Sammlung, da kommt, dass die Menschen da gesammelt werden, und warten, bis sie nicht mehr warten, bis sie gehen zum Propheten, und bis sie nur verlangen, dass einfach nur die Rechenschaft anfängt, diese Rechenschaft, dazwischen ist vieles, aber wurde woanders erklärt, wurden andere Suren erwähnt, wurden andere Ayat, im Detail erklärt, aber hier wurde nur direkt gesagt, was entscheidend, das ist sozusagen das Ende vom Ende, denn wir haben ja gesagt, das ist so wie Ende vom Nacht, das ist und ein Bruch des Morgens, der Morgens. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt, danach war es dunkel, und so weiter sagt, und wahrlich, diese Erde, wo sie sich gesammelt haben, die Versammlungsort, es leuchtet, in dem Licht Allah subhanahu wa ta'ala, so kommen die Engel, und wahr Allah und die Engel, reiheweise, damit jetzt die Rechenschaft anfängt, und hier bei der Surah geht es um Rechenschaft, es geht um das, deshalb wurde das andere gelassen, es wurde nicht gesagt, was geschieht mit der Erde, und was geschieht mit dem Himmel, und was geschieht mit den Bergen, es wurde nicht gesagt, wie die Menschen versammelt werden, wieder auch erstehen, das alles wurde gelassen, denn wann, es ist wichtig jetzt hier, es wurde daran alles zusammengefasst, die Erde wurde platt, und jetzt fangt die Rechenschaft, so schnell, so schnell kann das Ende kommen, ja genau so wie es geschieht, mit diesen Volken, die wir gesagt haben, die sie gesagt haben, wir sind übel, und wir sind herrsch, und wir sind stark, und wir haben die Berge gemacht, Allah hat gesagt, top, salamu wa reikoum, eine Schreibung sind die verschwunden, einen Wind sind die weg, einen Beben sind die von Erde geschluckt, das ist einfach, ein Ismaa, Allah, der Ismaa auf ihm zusammen, ist ertrunken, der gesagt hat, ich bin euer Höchstherr, ich bin euer Höchstherr, also sagt er ist gut, Allah hat nur, wenn das Wasser über ihn fließen lassen, salamu wa reikoum, und Gott ist ertrunken, das ist er, geratzt, genauso wie manche Menschen, die beten über Statuen, die Statuen, haben die rausgemacht, das sind manche Rituellen, die Statuen muss, zu der nächsten Wasserquelle gehen, warum, damit er sich wäscht, einmal mehr, und dann unterwegs, hat es geregnet, dann sagt es reich, wir müssen dich schützen, damit es nicht auf ihm regnet, sonst wird diesen Holz, oder diese Dings, und die Farbe, die auf ihm ist, wird das, sozusagen beeinflusst, ist das gut, und wir lachen, aber wie können Menschen, so ein Bild, wie wir jetzt, damit man gesagt, das war die Unwissenden, von Wüstenarabern, das ist hier, wo man Wüstenwissenden, da sind Professoren, Doktoren, und Informatiker, und keine Ahnung, sammeln sich, in Deutschland, und in deren Ländern, die sagen, die sind so lieb, und sie hassen dafür, die Muslime, und unter, und, wie heißt das, austreiben Muslime, aus deren Land, und sprechen über Muslime, schlecht, und versuchen, irgendwas zu sagen, das ist nicht, und dann sagt, du hast keine Toleranz, es geht mit Toleranz, die haben keine Toleranz, aber was für Toleranz, wenn einer betet, den er selber, gemangt hat, und damit nicht der eine denkt, ich glaube nicht, ein Gott, sagt, ich glaube nicht, ein Gott, doch schlimmer ist, zumindest hat er einen Gott, da sein natürliche Veranlagen, ist noch da, auch ein bisschen Stein, falsch, aber zumindest da, aber da sagt, es gibt keinen Gott, diese Bete, die sind, er ist Gott, glaube ich, jeder, der sagt, gibt es nicht Gott, er ist selber Gott, deshalb diese Leute, wenn, so wie heutzutage, wenn sie herrschen, auf diesem Universum, dann passiert das, was auf diesem Universum, heutzutage gibt, weil sie, wenn sie so herrschen, das heißt, sie denken, die sind Kötter, das ist das Punkt, im Tag kommt, wenn alles zur richtigen Schäft gezogen, aber hier am jüngsten Tag, sehr, sehr zu, diese, diese ist mal zu gefährlich, noch gefährlicher was, was Allah, subhanahu wa ta'ala, in den nächsten Eier sagt, so herrschen, die erische. Und da ist es ein Einzelay. Das ist ein Einzelay. Und da ist es ein Einzelay. Und das gibt keiner der Nichts. Hier nach der Bedeutung sagt, du schahannem über jahannem, gehen bitte und da jahannem sind. Zahra der Propheten Muhammad SAW ist der Tag 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 der Tag. Zahra der Propheten Muhammad SAW sagt, was er abgeht? Was er ab? Er sagt, was er gegen Ehe der Rabne? Er gibt er nicht im Versuch der Tag. Es gibt keinen Fall, der nicht vor Allah stehen wird. Zwischen ihm und Allah ist kein Übersetzer, keinem, der erklären soll. Allah versteht ihn und er versteht, was Allah ihm sagt. Dann diese Person, du, ich, jeder, er schaut auf seine rechte Seite. Was sieht er? Ich seite auf der rechten Seite, er sieht nur sein Tag. Guckte und schaute. Das heißt, auf seiner linken Seite. Dann sieht er nur was sein Tag. Ah, jetzt kommt es. So schaute vor sich. Was sieht er? Das sieht es vor. Das sieht es vor. So sagt der Propheten Mohammedsdorff. So bittet euch. So bewahrt euch von dem Feuer. Auch wenn es mit einem Anteil von Dattel, das ihr gespendet. Nicht ein Dattel, nicht ein Komplett. Sondern ein Anteil von Dattel, was ihr gespendet. Sogar wenn man das nicht gefunden hat. Er sagt, Allah hat manche, er hat nichts. Er kann das nicht. Das kann was bedeuten, dass man damit sich bewahrt und beschützt von diesem Feuer. Deshalb sagen die Gelehrten diesbezüglich zu bewundern. Was ist zu bewundern? Heute, du kannst mit einem einzigen Wort, was schön ist, was mit Allah Zufriedenheit. Die Schönste von Feuer. Am jüngsten Tag, was sagt Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt, an dem Tag, wie man sich los, ein wenig in dem Feuer landen will. Wie man sich los kann, spricht von Feuer. Womit? Er gibt seine Kinder. Was sahibete, seine Frau. Was sahibete, und seine Brüder. Und seine Sippe. Und heute, ich bin so, ich bin Tö, ich bin Alba, ich bin Araba, ich bin bereit, alle diese zu geben. Womit? Noch dazu. Womit? Fil Ardi Jami, Anthumbay und Jeh. Sogar mit allem, was auf der Erde ein Mensch will. Hast du gesagt, Opfer? Da wird er gerettet wird. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt, dass er die Kaffee, weil ich diejenigen, die ungläubisch sind, wa matur und so gestorben sind. Es wird von denen nicht angenommen, so viel wie auf Erde ein Gold, damit sie sich freisprechen, freilassen von der Straße. Und diese Dünne hätten die Wart mit einem einzigen Wort drieben. La ilaha illallah hätten sie sich retten können. Ein einziges Wort hätte es gereicht. An dem Tag, jenseits, was auf Erde ein Gold, das heißt, wenn die komplette Erde und Staub und Erde und Erde Gold und sie geben, damit sie sich freilassen, das wird von denen nicht angenommen. Und deshalb, was der Prophet, er sagt, er sagt, hier, und er hat er gebrochen, das wird gebracht, mit 70.000 Zielorten, wo die gezogen wird, von 70.000 so Knoten, wo sie gezogen wird. Bei jedem 70.000 Knoten, das war jeder von diesem Knoten, von den 70.000, sind ziehen es 70.000 und Engel. So groß ist es so glücklich. Ist das um Angst zu machen? Das ist um Angst zu machen, ist schon klar. Angst zu machen an einer Seite, damit man Gutes tut, aber eigentlich damit jeder, der dahin nimmt, weiß, dass man sehr gut das verdient hat. Das ist nicht nur Angst zu machen, sondern, das ist eine Beweisführung von jeder. Denn derjenige, der dahin landet, nach dem, was Allah hier gelassen hat und gegeben hat, nach der Barmherzigkeit Allah und all dies, und er ist dahin gelandet, dass er sein Verweis, dass er das verdient. Und jeder hat davon Angst, sogar es gibt die Sorge, dass wir glauben daran nicht. Und so, aber wenn du darüber redest, warum und Angst und die Religion machen, wenn du keine Angst hat, dann hast du keine Angst. Wenn man keine Angst hat, dann hat man keine Angst. Aber jeder weiß da drin, dass dieser ihm irgendwas sein Herz anspricht. Er versucht aber, es zu verleugnen und er versucht, es abzuweisen. Es wird gebracht, aber an dem Tag kann keiner mehr abweisen. Jeder wird es sehen und jeder wird es schauen. Gerecht wird aber, derjenige, die er rettet. Deshalb sagt, an dem Tag, was passiert, Entschuldigung, mit dem Mensch, Erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich, dass es ein Feuer gibt, erinnere dich, dass die Strafe auf dich kommt, wenn du selber dich dahin bringst. wer ins Feuer geht, er hat sich dahin selber gebracht, sogar es entflut, wenn man mit reinlernen, wie der Prophet gesagt hat, meine Gleichnis, und Gleichnis der Menschen, wie ein Feuer, die Macht gezündet worden ist, ein Feuer wurde erfunden, da die Motten, die Fliegen, diese ganzen sind so Insekten, was wollen die? Zum Feuer gehen, warum denkt die, was ist das? Licht, das ist so Beleuchtung, die wollen dahin, und ich versuche euch zu verhindern, Allah hat die Propheten und Gesandten geschickt und dessen Erben, die Erbenen von denen, die gelehrten und die Rufe zu Allah und Elisem zu geschickt, damit sie den Menschen verhindern, damit sie den zu abhalten vom Landen in diesem Feuer, was sie denken, oh Schönheit ist nicht, Himmel eben genießen, oh wie schön, oh wie tat, ich will mehr, ich will, und was ist das, wenn er dahin landet, was ist das Feuer? Und ich versuche euch zu verhindern, und ihr entgeht mir und kommt hinein, und ihr entgeht mir und landet dahin. Deshalb das Feuer hat man selber nicht nur verdient, sondern es zu sagen hat, hat alles wie soll, wie nennt man noch diese hinter den hat alle hinter das überwunden, damit er da landet. Probiere sind gekommen, hat er sich das überwunden. Bücher sind gekommen und Ermanungen hat er das überwunden. Ermanung, Rufe zu Allah und Ermanung sind gekommen zu ihm und ist gelandet und betreffend auch diejenigen, die nach dem Propheten Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam berichten und gesagt Mutter und meine Nation tritt ins Paradies. Gelattet sagen, weil wenn man sagt, der Propheten Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam und viele sagen, wenn man sagt, der Propheten Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam manchmal meint, die nach ihm kommen, alle, das heißt, nach dem Sand, das nach dem der Propheten Sallallahu alaihi wa sallam kommen, werden ins Paradies reintreten, das heißt, alle, die nach ihm gekommen sind, weil er hat alle geklärt und alles sozusagen erledigt und hat die beste Form alles auferklärt Außer diejenigen, die es nicht wollen. Die wollen, der, der nicht machte, hat Wolke es nicht. Deshalb der Propheten Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam werden ins Paradies reintreten, außer die es nicht wollen. Und wer will das nicht? Und wer ist das, der nicht das will? Dann sagt Propheten Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Man Ata'a'i Dach Al-Fijjah Wa Man Asani Dach Ad-Aba Wer mich gehorcht tritt des Paradies Und wer es nicht tut sich widersetzt und Ungehorsamkeit leist ist leist hat es nicht gewollt hat es nicht gewollt das gesagt lasst nicht diese Ermahnung die dich weckt sondern ermahne dich selbst bevor diese Ermahnung kommt er erinnert an dem tag erinnert sich der mensch bedenken wieso ihm dann die selbstbesinnung nutzen diese selbstbesinnung wie soll es ihm dann dem tag nützen die selbstbesinnung ermahnung und erinnerung sollte davor sein sollte jetzt in diesem leben sein vor dem sterben sein denn jeder wird sich ermahnen nur wer das tut heute hat gewonnen wer das tut an dem Moment wo das Feuer ihm herbeigebracht wird und er sieht sie und dann ist es nicht mehr heute werden wir ermahnt obwohl wir es nicht sehen deshalb werden wir von dies gerettet der jenige der aber ermahnt wird mit dem Feuer selbst hier landen das ist was hier gesagt wird was sagt der Mensch jenseitiges das ist das wahre leben hätte ich was mit gebracht hätte ich was mich ausgerüstet heutzutage manche sagen gibt es Blick Auto und Mann Auto und keine Stroh und gar nichts wie sie Leute ausrüsten da zuhause irgendwas da vorbereiten ich sage normal schön gut nicht gut aber was ist die Ausrüstung für jenseits das ist nicht ein Stroh Ausfall und das ist nicht ein Mangel an Erdgas oder oder an Wärme dass die heißung nicht funktioniert das ist nicht dass es kein Essen gibt bei Aldi und Lieden und zu und das ist nicht eine Automaten von Banken wo man kein Geld aufheben oder abheben kann kann ein Tag wo es kein Vermitt nicht mein Bruder der Mutter erkannt und Mutter die Kinder erkannt und manche stellen schon klar zu einem Tag wo es keinen Schatten gibt außer wenn einer Schatten gewährt wo es kein Wasser gibt außer wenn einer tritt aus dem Becken oder Becken vom Propheten wo es keine Kleidung gibt außer wenn Allah einem begleitet wo es kein Reit oder einer wo man ansteigt wenn Allah ihn nicht gibt wo es nicht mal aufrecht stehen bei manchen die werden auf gesicht gezogen wenn Allah einen nicht rettet einem Tag wo es nicht wegen Stromausfahrt und Blick out geht sonst geht es um ein Feuer die hervor beigebracht wird was an sich auskostet welchen Notfall Versorgung hat man sich darüber erlegt was könnte einem an dem Tag retten er sagt ja Leiteni hält dich bloß die sagen ja wenn passiert dann wird gesagt hätte ich bloß auf eine wie heißt das eine Kurbel Leuchte ohne mit Akku nicht mit Akku betrieben gekauft da gibt es keine Kurbel Leuchte die mit Akku oder nicht mit Akku da gibt es nicht hier keine Ahnung Maisdosen die man da sagt das ist haltbar da ist nichts haltbar nichts bleibt nichts bleibt auf diese Erde da gibt es nichts hat oder ein schlafsack für minus 50 da gibt es nicht mehr da für minus doch wie bloß da gibt es nur wenn man vorbereitet hat ja leiten in kadamtu li hayati leiten hat dich bloß vom hat jau me izin la yu adibu adabahu ahad wala yu iru wa thaqahu ahad an him tat wird so wie er straft das heißt die gelehrten sagen jetzt was bedeutet das wenn jemand das sieht wie bestraft wird wie die leute gebesselt werden dann jeder sagt alles was mit der dunia bestrafung ist nichts gegenüber das egal welche strafe man erfahren hat ist nichts denn manche gelernten sagen an dem moment wird er nicht bestraft weil manerweise keiner bestraft sich selbst oder aber in dem moment wird er nicht bestraft aus aber er sich selber bestraft hat schon klar die engel werden ihn ziehen und ins feuer bringen er wird bestraft von dem feuer aber eigentlich die Ursache dass er bestraft wird selbst die Ursache dass er gefesselt worden ist weil er selber sich gefesselt hat nicht die engel haben ihm mit fesseln mit ketten gegettet und sozusagen ketten im hals manche machen es schon im dünn werden gekettet wer hat das gemacht er selbst weil er der Ursache die Sache wird immer dann zu der Ursache zugeschrieben nicht für die jenigen der es ausübt nicht für die jenigen ausüben wenn es Befehl ist dann du für den Befehl dann als letztes diese Seele geben das ist das gute Ende das ist das beste Ende das ist das was jeder sich wünscht aber diese nur für Ruhe ja ja du an nafs und mut nach ist alle was haben wir gesehen Feuer kommt und das alles angst alles und sicherheit alles in höchsten höchsten not aber da werden leute geben was ist ja ja tu an las oh du ruhige Seele die du hoher gefunden hast hier zu deinem hrn zufrieden und mit wohlgefallen zurück unter meine diener das beste was man bekommt die beste auszeichnung beste grad beste titel wenn die sagen anrede oder titel anrede das was beste anrede bei muslimen beste betitlung nie professor doktor professor keine ahnung nur ansonsten beste betitlung ist dienen allah deshalb sagt fadjuli fi ibadih so tritt ein unter den namen meine diener der gewinn hat in dieser dunia freiwillig diener zu allah zu sein allah belohnt ihm mit der beste auszeichnung und zwar dass er unter der bezeichnung allahs diener gehört der jenige der es nicht tut hat es in dieser dunia gezwungenermaßen getan und allah lässt ihn vergessen an dem tag denn nur die diener allah werden in dem tag geredet und tritt meine diener und tritt was mein paradies deshalb sagt der prophet muhammad sallam allah sagt ich habe vorbereitet für meine diener das kein augen gesehen hat was kein ohr gehört hat was nicht mal auf ein vorstellungsvermögen von einem das ist das gute ende deshalb genau wie der anfang habe ich gesagt wenn der feld ist ein hoch des morgens das ist anfang von einen beleuchtung so wie gesagt haben dann ist es das ende von einem wenn er wirklich so ist ist das paradies schlecht ende hat aber vorher gesagt hier warum wie gesagt haben weil hier in dem kontext von ermahnung und warnung aber hier in dem kontext von ende das ist so wie diese filme gut ende happy end das ist das richtige happy end das richtige happy end und beste ende ist das für was für eine ruhige seele wann ist die seele denn ruhig und das ist die seele ruhig was ist diese eigenschaft für ein nafs mutma inna eigentlich wurde da gesagt wenn ich mal hier das wurde da gesagt das kommt wieder zurück auf das gleiche was wir vorher gesagt hat wenn man zufrieden spiel hat und zweit radiyaten wenn sind diese die ersten die allah zufriedenheit erreicht haben und die ersten die allah mit allah zufrieden sind und er ist mit ihnen zufrieden deshalb eine ruhige seele ist die seele die sich in die sahabe als vorbilden liegt die schaut sich was die sahaben gemacht haben um es zu tun schaut sich was die sahaben nicht gemacht haben um es zu unterlassen gehen nach dem motto laukana hayran lesebe ohne iwi wenn was gutes wäre hätten die uns damit vorheilt aber wenn sie das nicht gemacht haben dann ist das nicht gut wenn die gemacht haben dann ist gut wir sollten glauben so wie geglaubt haben wir sollten so überzeugt sein wie sie überzeugt sind wir sollten allah so dienen wie sie es gemacht haben wir sollten so uns benehmen wie sie sich benehmen haben wir sollten leben als vorbilder nehmen denn dadurch erreicht man was eine ruhige seele ich bin der ruhige seele damit kommt so ein zustand mashaallah dann bleibt er stehen da gibt es diese hokus mokus tokus irgendwas oder rein spirituelles ruhige seele ist die seele die allah mit allah zufrieden ist sie ist mit allah zufrieden und allah ist mit ihr zufrieden wer sind das in praxis im beispiel sind die sahaba das sind die sterne die staats die staats von heutzutage das sind die richtigen staats die leider ja so viele wolken heutzutage gibt es so dass man die sterne nicht sieht wenn es so viele wolken dann sieht man die sterne nicht da sieht man was man nur dunkelheit und denkt das ist dann sieht man flugzeuge und denkt das ist sterne das ist nicht mal flugzeuge die sterne die straats von heute sind nicht mal flugzeuge das soll man die erwähnen das kann man nicht als beispiel nehmen deshalb wenn man eine ruhige seele haben wird und will dann soll sich in einem recht leiten das abba gehen und somit hat das parathes auch erlangt denn allah subhanahu ta'ala hat den schon das parathes das sind die lehren und so aus der surah und die red haben wir uns dazwischen durchgenommen somit hat das surah auch dann zu ende es bleibt dann zu uns und mit uns inshallah ta'ala zwei surah noch und zwar surah al-rashi und surah ala das sind sehr wichtige surah ich werde sie öfter im jumu'ah der abba abba saham im ayat in der feilig erinnert ein gebet gelesen surah al-rashi und besonders auch sogar im witter in verschiedenen alles gelesen dass diese surah stellen eigentlich sehr zu bedeuten so wie wir sagen die sachen sich wiederholen die sachen die empfehlung haben dass wir es wiederholen oder dass wir hören dass der abba saham es wiederholen hat dann hat es eine besonderheit so wie wir sie haben Vielen Dank.